Oh, ein Heli? Kann ich den wohl fliegen? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Das ist ja hier ganz in der Nähe. Kann ich das eigentlich schon mal machen, ne? Ist hier irgendwo ein Eingang? Jawohl. Na, oder doch nicht. Schade, den kann ich nicht greifen. So, wo geht's denn hier runter? Hier, hier. Machen wir es mal ganz unauffällig jetzt. Hey! Ah, hier sind noch die ganzen Spuren. Ein Feldagent ist in der Nähe. Es gibt vier Feldagenten im District Fairview, die Sie finden können. Eliminieren Sie. Vier Feldagenten und Sie erhalten eine Mutation, die Hella extrem mächtig macht. Okay. Feldagent, Feldagent, Feldagent. Feldagenten, 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 Feldagenten. Das ging schnell. Nee Kollege, hier ist nix. Kann es widerfahren. So, Zugriff auf Black Net. Unterdrückung 1F angenommen. Blackwatch und Jentec schmieden Pläne, um alle Bedrohungen ihrer Operation zu unterdrücken. Erledigen Sie alle beteiligten Personen. Gibt eine Fortbewegungsmutation. Ransom, das ist Direktor Severin. Mein Alpha-Team ist unter Attack von Infected in underground Sparning Hive J10. Ransom, seid ihr da? Nehmt euch nicht. Ransom wird gleich da sein. Ransom, wo seid ihr? Die Lairie ist überraschend. Beteilig zu sehen was diese Hörer sind. Brutnest J10. So, so. Spritten wir hier einfach mal nebenher. Dieses Haus hier sieht auch extrem cool aus, finde ich. Und ich lande mitten in dem Lager hier. Oh, hier ist aber rein zu möglich kein einzelner Blackwatch. Und zack. Joa, lässt sich einrichten. Treten Sie den Bau. Ach, das gibt erstmal wieder eine Erinnerung. Ein Flashback. Oh. Gentech-Unterstützung oder so. 2C. Treten Sie den Bau, bla bla bla. Matsch. Matsch. Einer noch. So, du gibst mir jetzt erstmal Leben. Na, wer will denn noch Ärger? So. Und ab in den Bau. Da wollte ich hin. Oh. Kurz wieder. So und rein da. So. 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 Ich denke, ich werde eine Hand geben. Wir haben einen Tango! Öffne Feuer! Wir haben 100 fucking Tango! Was denkst du, was wir tun? Prämenieren Sie die Wissenschaftler bevor Sie ihn bekommen. Hey, Heller! Forget about the infected! Kill Heller! Was? Nein, so weit wollte ich gar nicht. So, du auch noch. Aha, verlassen Sie den Baum. Das ging schnell. Das mache ich hier auch. So, raus hier. Schnetzle ich nicht alles auseinander. Ah, mehrere Panzer. Niemand kenne mich Bitch. Ja, jetzt kann ich ja blocken. Ja, jetzt kann ich ja blocken. Ja, Bitch, jetzt. Ja, was ist hier jetzt mal. Ja, ich lasse es jetzt mal. Das einzige was hier macht, ist mir die Arbeit erleichtern. Okay, die ganzen Reliert-Helpertypen haben sich selbst erledigt. Ich will nicht blocken, ich will sprinten. Matsch. Da hast du deine Rakete wieder. So. Ups. Jetzt organisere ich mir erstmal wieder mein Leben. Und dem Alarm entkommen. Unterdrückung 1F. Erfolgreich. Sabotiert. Und eine Stufe aufgestiegen. So, ich glaube jetzt haue ich aber... Ja, ich haue erstmal wirklich nur auf Gesundheit. Die Bewegung bringt mir im Moment nicht so viel. So. Wie ist dann... Ja. Damit ich schön schneiden kann. Drei Minuten habe ich noch. Mache ich mich zumindest bei ihm auf den Weg da drüben hin. Oder... Ich gucke mal in die... Äh, ne nicht Blacknet. Springen. Zurück. Ich wollte Rednet. Oh, ich glaube mein Internet ist abgeschmiert. Joa, äh, das ist schlecht. Zurück. Guck mal. Events. Jaaa, meine Güte. Jaaa, auch da wird Internet jetzt sowieso abgeschmiert zu sein scheint. Dann gucke ich eben nochmal... Hier wird haben wir denn in der Nähe... Das da ist in der Nähe. Da ist rum. Dann lauf ich noch eben da hin. Oh, das waren wir. Hier. Ah, da ist er. So, bergen wir eben noch die Blackbox. Jaaa, und mit dieser kleinen Memo... oder Aufzeichnung besser gesagt. Verabschiede ich mich und... wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.